Aufgabe Nummer 5. Eliminiere in der Kippwelt ein Würfelmonster mit einer Explosion. Auch hier, genau wie bei der Aufgabe davor, empfehle ich euch, landet direkt natürlich in der Mitte der Kippwelt, geht direkt an die drei Kisten, die ihr dort an dem Felsen stehen habt, sammelt euch die Granaten, dann habt ihr in der Regel gleich neun Stück, weil in jeder Kiste meistens ein Dreierpack ist und dann werft mit den Dingern um euch und dann seht ihr schon, habt ihr sehr sehr schnell die Kills am Start und die Aufgabe auch erledigt und damit sind dann alle fünf Stempelkartenaufgaben von Finsterhase erledigt.